Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Vault Opening und da ich laut Aussagen von letzter Woche sehr gerne rumheule und keine Ahnung habe, möchte ich meine absolute Inkompetenz auch diese Woche noch einmal unter Beweis stellen und gemeinsam mit euch die Vault öffnen. Jawohl, ich könnte also sagen, wir öffnen die Büchse der Pandora, aber nun gut, schauen wir mal, was diese Woche drin ist, diesmal habe ich auf jeden Fall keine 10, 15 Keys gelaufen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, diese Woche waren es 4, glaube ich, 4, 15er und ja, schauen wir mal, was jetzt alles dabei ist, also den Schleim, bevor mich jetzt wieder jemand anfährt, kann ich sagen, den ist kein Upgrade, weil den habe ich nämlich schon. Why is it not working? Der, den habe ich nämlich schon und, uh, der Hals sieht sehr, sehr nice aus, das wird es wohl werden, auch noch ein Sockel drauf, Baba, den nehmen wir an und für sich mit, ich glaube, da gibt es auch gar keine großen Diskussionen jetzt. Den Helmet Domination Socket habe ich bereits, das Trinket ist auf 2,39, zumindest nicht besser als mein Quantengerät und der Gürtelgritt Mastery, ich habe jetzt Haste Versa, Stats wären besser, zumindest mit dem Mastery, aber das ist halt nochmal hier, äh, ne, 26 Item Level sind 26 Item Level. Klatsch. Ähm, was wir jetzt aber nochmal machen können, es könnte nämlich jetzt sein, dass sich an meinen Stats und so weiter und so fort jetzt ein bisschen was verschiebt, da gehe ich sogar höchstwahrscheinlichst von aus. Wir simmen das Ganze jetzt nur mal mit dem, nur mal mit dem Neck durch und den Sockeln, die ich dann ändern muss und bevor mir, weil ja letzte Woche jemand gesagt hat, ich wäre ein Vollidiot, dass ich alles mich auf Sims verlassen würde, ähm, tut mir leid, dass ich mich bei den Items und Second Stats, wo es teilweise um, weiß ich nicht, Verschiebungen um 10, 15 Prozent gibt, dass ich das nicht alles sofort auf 16 Slots im Kopf ausrechnen kann. Ich werde natürlich daran arbeiten, das für die Zukunft umzusetzen, aktuell ist es aber noch eher schwierig. Dafür war mein Mathe-Abi dann vielleicht nicht gut genug. Gut, aber wie gesagt, ähm, geh stark von aus, äh, was heißt ich geh stark von aus, das können wir eigentlich schon mal mitnehmen, das Ding ist eigentlich ziemlich nice. Ähm, perfekte Stats, Sockel drauf, ähm, joa, da freut sich nicht nur das Herz. Und dann schauen wir mal, ähm, was jetzt sein könnte, ich kriege dadurch auf jeden Fall wieder ein gutes Stück Haste mehr. Könnte jetzt halt sein, dass ich hier die Sockel, die ich noch verfügbar hatte, ist eigentlich nur der hier, gut, der wird eher ersetzt, und ansonsten ist nur noch einer auf dem Ring und die beiden Ring-VZs. Könnte sein, dass wenn ich dadurch jetzt wieder so einen Überschuss an Haste bekomme, auf jeden Fall über 100 Haste mehr, dass ich diese VZs dann wieder in Mastery umwandeln kann. Und genau das ist eben der Punkt, ähm, da geht's um minimalste Verschiebungen und, ja, die Statwaids verschieben sich auch immer regelmäßig und auch dazu, weil letzte Woche welche meinten, weil ich mich über diesen Ring beschwert hätte, weil Crit ist doch eh besser als Tempo. Das kann man halt so pauschal dann nicht sagen. Man muss dann seinen Char auch schon mal nochmal durchrechnen lassen. Und in dem Fall für mich ist gerade Mastery best und fast gleich auf mit Haste. Es ist gerade eher so eine Geschmackssache, ob ich lieber ein bisschen mit schnelleren Cars spielen möchte oder nicht. So, jetzt ist der Sim fast durch und, äh, eigentlich können wir das Ding auch schon mal anlegen. Würde ich sagen, so, boostet uns auf 2,42. Dann dürfte auch ein ganz geschmackvolles DPS-Upgrade sein, würde ich sagen. Und, lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Ich persönlich würde jetzt, glaube ich, wieder überall auf Mastery gehen. In Sachen Sockelplätze und so weiter. Aber ich habe immer noch 3% mehr Haste als vorher. Schauen wir einfach mal. Gucken, ob wir uns noch was mobsen können an der Stelle. Das sind auf jeden Fall 2 Mastery-Sockel. In meine Tasche. Hat keiner gesehen, oder? Hat, glaube ich, keiner gesehen. Und hier die 2 Mastery-VZ. Sollte ich sie nicht brauchen, gehen sie natürlich selbstverständlich wieder zurück. So ein großer Dieb bin ich dann auch nicht. Aktuell bin ich ziemlich, weil ich im Raid neulich ein paar Leuten verzettet habe, bin ich mit Splittern ziemlich aufgebraucht, tatsächlich. Irgendwie, kurz off-topic, aber das fand ich irgendwie in, äh, Battle for Azeroth besser. Da konnte ich viel mehr diese ganzen Epic-Gems, da konntest du die ja in die Splitter und in Staub umwandeln. Und hier kann ich, glaube ich, nur noch in Splitter, außer ich bin vollkommen boostet. Und das merke ich tatsächlich. Also, so, Staubsplitter, vor allem Staub ist teilweise dann echt Mangelware. Was ist denn das hier mit dem, mit dem, jetzt haben wir es. So, was sagt er? Okay. Also, es ist auf jeden Fall 91 DPS Upgrade. This is nice. Very nice. Ähm, ich soll... So, das bleibt. Ne? Das, das, das ist, das hätten wir jetzt geklärt. So, Mastery kommt auf die Ringe anstatt Haste. Das dachte ich mir schon fast. So, da kommt jetzt Mastery drauf. Sehr fein. Und jetzt will er aus irgendwelchem Grund auch immer... Der Haste-Sockel soll bleiben. Und da soll jetzt Wörser rein. Wo ich mir aber, wenn ich ehrlich bin, nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das möchte. Was man da dann immer noch machen kann, was ich empfehle, also ich simuliere das immer mit Raidbots.com. Ihr könnt dann auch nochmal beispielsweise dann sagen, ähm, ihr lasst das Ganze über, quasi, das ist so ein Quicksim, der euch vorschlägt, was am besten ist jetzt für euren Char. Ihr könnt dann aber auch nochmal separat ein Sim machen, um eure Statweights rauszubekommen. Dann sagt euch das oder der Sim, wo ich die richtigen Talente drin habe, ich simme auf Single Target. Und dann sagt euch der Sim quasi, ob ihr jetzt besser Wert x, y oder z nehmen solltet. Also welcher Grad euch am meisten DPS bringt. Das wird dann so aufgeschlüsselt in beispielsweise, ein Punkt Mastery gibt euch 2,034 DPS. Und ein Punkt Wörser gibt euch vielleicht dann 2,39. Und dementsprechend, ich schiebe das jetzt einfach mal hier rüber. Das ist jetzt die Aufschlüsselung. Dementsprechend ist es, äh, mit dem Gear, was ich jetzt drinne habe, ich habe auf den Ringen auch schon umgesockelt. Ähm, deswegen ist der Sim von eben auch nicht ganz richtig. Ich werde dann hier in den Sockel jetzt tatsächlich auch Mastery reinknallen. Und in den Hals auch. Sprich, äh, ein Punkt Taste gibt mir aktuell 1,85 DPS. Ein Punkt Mastery gibt mir 2,29 DPS. Und so kann ich noch 32 DPS, äh, 32 Mastery reinknallen. Weil laut dann nach der Rechnung, pff, irgendwas um die 70 DPS höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall besser als Wörser. Da muss ich dann zugeben, da hatte einer von euch letztes Mal in den Kommentaren schon durchaus recht. Manchmal sollte man sich nicht zu sehr drauf verlassen und alles vielleicht auch nochmal ein zweites Mal durchgehen. Ja, das ist richtig. Äh, nicht immer ist alles sofort korrekt. So, jetzt knallen wir da den mal rein. Nehmen hier den Haste raus. Da sind wir immer noch bei 17% Haste, also 2% Haste mehr als vorher. Und mit Mastery habe ich mich gehalten. Also da kann man dann doch schon sagen, ähm, letzten Endes habe ich durch den Ring als Upgrade 2% mehr Haste bekommen. Mastery bin ich plus minus gleich geblieben. Können wir mal gucken. 25,9. What? Ach so, jetzt habe ich ja eben die, naja. Ich habe ja die VZs und alles wieder umgeswitcht. Ja gut. Aber nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden mit dem Upgrade. Über 100 DPS müssen es dann sein. Also da kann man sich schon mal, kann man sich schon mal schmecken lassen. Und ein 2,52er Item ist nie verkehrt. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr in eurer Truhe hattet. Bin sehr gespannt. Und damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und reingehauen. Bis bald.